Hallo und ein herzliches Willkommen bei Rust, meine Lieben. Du hast die Tür vergessen. Egal, nicht schlimm. Ich darf das noch am Anfang. Heute mit einem Special-Gast. Na, wo bist denn du? Ja, hinter dir. Fängt schon mal gut an. Wir haben jetzt ewig gebraucht, bis wir uns gefunden haben. Eine Stunde. Eine glatte Stunde. Oh Gott. Ähm, ja. Was möchtest du? Ich habe gedacht, du hast gar nichts in der Hand gerade. Sag halt komisch aus. Natürlich habe ich was in der Hand. Also stell mich mal kurz vor. Ich bin der Easy-Styler. Und ja. Ich habe mich gedacht, ich spiele auch mal Rust. Meine Sicht natürlich auf meinem Kanal. Und die andere Sicht natürlich auf ihrem Kanal. Und ja. Ich spiele jetzt auch mal ein bisschen mit. Ich bin auch totaler Anfänger, das muss ich dazu sagen. Genau. Ich tobe mich aus. Kommt drauf an, was willst du jetzt machen? Dann willst du Fleisch sammeln? Also ein bisschen rumballern? Ein bisschen zerstückeln und so? Oder machst du Farmen mal? Töten, vernichtern. Nein, mir ist das wurscht. Wir können erstmal ruhig spielen. Ähm. Mit dem Stein. Genau. Mit dem Stein. Naja. Ich bin. Mit Kleines gebe ich mir zufrieden. Ja. Tschüss. Okay. Dann halt so. Okay. Ähm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es total ulkig ausguckt, was man mit unseren, ähm, Avataren hier so machen kann? Guck mal. Pass mal auf. Pass mal auf. Hey. 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 Schaut total komisch aus, wenn man Sachen macht. Oder? Beispiel. Ein bisschen. Klopf. Klopf. Ich hab... Ich hab dir doch eine Spitze angegeben. Klopf. Nimm mich doch. Oh, jetzt hat sich jemand auf den Kopf geschlagen. Hahahaha. Jetzt hat sich der Bein auf den Kopf geschlagen. Hahahaha. Solltest du vielleicht nicht machen. Das zieht verdammt viel Leben ab. Echt? Wie viel? Zeig mal. Hahahaha. Hahahaha. Lass mich doch raus toben. Anfänger dürfen das. Hahahaha. Hahahaha. Ähm. Ich hab gesagt, wir gehen dann gleich mal kurz in das, äh, Rot Town mal rein. Wie auch immer. Ja, keine Ahnung. Sonst sagt das zu Rot Town irgendwie immer. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Weiß auch warum das Rot heißt. Der Hammer. Na? Ich lauf dir hinterher. Du laxch ein bisschen. Ja, ich merk's. Aber es geht eigentlich. Ab jetzt wird's extrem, denk ich. Also ein bisschen so... Ach, da bist du. Hahahaha. Hahahaha. Äh. Und du fehlst irgendwie. Ja, ich bin hinter dir. Hahahaha. Äh. Hahahaha. Hahahaha. Und zwar, äh, 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 hier guckst du, guckst du, guckst du da? Interessant. Hahahaha. 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 Interessant. Interessant. Mhm, äh, ähh, da这ath nemmst du. Weil, das ist deine Munny. Und, das nehm ich. Interessant. Hast du? Nööööööööö. Keine Hektik. Du hassst ein altem Mann nicht. Hahaha. So. Zatoi невa já таun 800. Hippey. Oh mein Gott. Oh Gott. Jetzt hat's bei mir auch grad gelackt. Ahahaha. Ja, hier ist es eben wegen dem Gekrissel. Gekrissel? Yeah, Medikit, yeah, Stiefel. Oh, ein Riegel. Ich nehme alles, egal was es ist. Bist du oben? Oben? Bist du noch oben? Ach, da geht es wirklich noch oben. Bist du überhaupt so? Schon wieder verloren, das gibt es doch nicht. Ja, ja. Was haben wir heute genommen? Hä? Oh Gott. Ein Flashlight. Oh, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ganz gut. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ach, da bist du. Headshot. Was ist das? Ich glaube, er hat bessere Chancen wie du. Paper. Mal gucken, ob meine Call of Duty Erfahrungen was ausmachen. Ich bin ein sauschlechter Shooter, also bitte lass es. Ja, ja. Und DayZ habe ich auch ein bisschen schon geschossen, also von daher. Ja, ich bin echt sauschlecht, was Schooten betrifft. Ähm, ich habe jetzt hier noch was für dich. Na. Ja. Bitteschön. Ich hätte dir 556 Ammo und Shotgun-Shells, wenn du willst. Ähm, ja, die, das kannst du mir gerne geben. Ja, schenke ich dir. Okay, ähm, wir sollten gucken, dass wir mal heimkommen, weil wenn es dunkel wird, ist es so gut. Siehst du nichts, aber ich sehe was. Genau, das ist das Problem. Sag es einfach so. Yay, ab nach Hause. Das war ein langer Tag, ein sehr langer Tag, mhm. Mhm. Ah, ah, ah. Oh, Bär, 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 Bär. Oh Gott, bin ich schlecht. Ich lauf lieber. Lars, das spart dir den Moni mit den Egleiter. Okay. Rentiert sich nicht. Jetzt haben sie aufgehört zu jagen. Ist ja langweilig. Ja, die sehen wahrscheinlich auch nix. Ich beeil mich. Rein, ins Hütchen. Wo bist du? Nehmt doch. Schieß auf einen Bär. Ich will Action. Nachlasen. Kann ich Granaten schmeißen? Kann ich nicht. Achso, falsches Spiel. Wenn du Granaten hättest, kannst du Granaten schmeißen. Oh, der erste ist tot. Das die Feinde macht jetzt mit der Axt. Kommt der zweite. Und der zweite ist tot. Kommst du, dass ich es treffen würde? Das ist ja der Wahnsinn. Und der zweite ist tot. Sollte vielleicht das Licht anmachen. Ähm. Jetzt Axt auswählen. Das nennt man Tierquäler. Aber ist okay. Das sieht gar nicht mörderisch aus. Nein. Äh. Mein Bier und mein Auto. Oh. Bäm. 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 Ich glaube, mein Kumpel kommt gerade online. Das ist natürlich auch sehr interessant. Der liebe Turbo. Zack. Zack. Das schaut genial aus. Zack. Ja, wie viel lang da ich noch drauf klopfen? Ich mach dir den anderen das. Yeah. Das ist sehr spannend, wie man hier Tiere quälen. Warum? Du machst... Ach, du hast gar keine Axt. Scheiße, stimmt ja. Nee, ich hab nur einen Stein und... ... die Spitzhacke. Das machen wir dir oben, Kleino. Warte. Achtung. WTF. So. Ab ins Täuschen. Na, hab ich schon. Dann tun wir oben quacken. Und bitte, Türen zu machen. Mann. Sei langweilig. Hey, Feuer! Du hast da die Tür aufgelassen. Hab ich gar nicht. Das war ein anderer. Ach so. Ach, dann hast du nochmal Glück gehabt. Eben. Ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Mach die Augen auf. Ich mag nicht, wenn es dunkel ist. Dunkeln ist toll. Ich bin ein nachtaktiver Mensch, ja. Wir sind Gamer. Wir sind immer nachtaktiv, oder nicht? Ja, denn wenn du kein Dunkeln magst, dann ist irgendwas verkehrt. Es ist so... Dunkel. So dunkel. Was sind das? Perfekt Kletterboots und Perfekt Rad Suits Boots. Ja, wenn was besser ist, zieh ich natürlich Dürsern und den Rest schmeißt du in die erste Kiste. Ja, in die erste Kiste. Sind die Radioboots besser? Für die radioaktiven Gebiete auf jeden Fall. 10, 10, 10, alles 10. Und das macht 5, 5, 25, 20, 25. Ja, zieh es an. Interessant. Ja, ja. Interessant. Ähm, wir machen wir jetzt... Kann ich eine Achse überhaupt? Smaltash. Gucken... Ähm, 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 ähm. Hatchet, 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 hatchet. Wo ist denn? Oh, gut, das ist toll. Licht mit Pistole. Find ich voll toll. Okay, ähm... Welche Küste rein das Zeug, das hier? Ähm, in die Erde. Ne, hier, hier, so, hier, hier, die da, hier. found it is, yeah, itens. Ähm, dann Deine Schuhe finde ich auf jeden Fall geil Das sind so Leder Tüten 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 Achso, Tütü Ich sehe meine Schuhe nicht, voll uncool Ja, leider Ich weiß gar nicht, was ich an habe Was habe ich für Schuhe an Oh, sexy Wow Ähm, jetzt guckst du mal bitte Bei Tab, ob du Ich habe nichts Blut habe ich Aber ob du Die Headshot machen kannst Dann kannst du das gleich mal zeigen, wie das funktioniert Was machen? Also geht es auf Craften Oben Wie heißt das Ding? Äh, Headshot Das steht bei Weapons Das ist eine Axt Weapon Headshot Steht die drin, okay Ähm, Holz hast du? Metallfragments und Wood Wie viel Holz hast du? 105 Okay So viel wie ich brauche Nein, 20 brauche ich nur Und 10 Metallfragments Also ich kann die Craften Ich habe Metallfragments Ah, okay Dann machst du den mal Gehst du am besten hier zur Werkbank Ähm, geht das schneller Nö Ich habe Zeit Wir sind hier bei der Arbeit Nicht auf der Flucht Yeah So, jetzt wird's schon wieder Hey draußen Aua Ähm, dein Tierfutter-Dings Warte mal Tierfutter-Dings, ja Ja, klar Tust du mal Tierfutter-Dings, ja Ähm Ähm Ja, mit E kannst du Kannst du Ähm Das Nutzen Und tust du halt E Ähm Gedrückt halten Genau Gedrückt halten Mit der Maus nach unten Und dann kannst du es öffnen Und dann schmeißt du da dein Ähm Rohes Fleischzeug rein Wenn du es nämlich Roh isst Ähm Zieht es dir Leben ab Wieso? Schmeiß ich das rein? Ich glaube Du kotzt dann glaube ich sogar Ich weiß gar nicht Kann ich das reinschmeißen? Kann ich gar nicht reinschmeißen? Das will nicht! Ja, du musst Ähm Warte Ähm Ich kann es nicht benutzen Weil du es benutzt Du tust öffnen Und dann Tust du dein Essen Einfach aufs andere draufziehen Ja, rechts rüberziehen Ja Achso, okay 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 Ähm Hier das ist Es wird hell Ich sehe es durch diese Spalte Oh mein Gott Hell Für was Fenster nehmen Man guckt durch die Spalten So Okay Das tue ich hier mal ganz kurz da rein Und Da ist die Box auch schon fast voll Yay Für erst braucht man Paper Ähm Damit kann man später Ähm Granaten und Ähm Sprengstoff basteln Seit wann besteht Granaten aus Papier? Ähm Frag mich nicht Das ist Das ist Ne Logik Das ist Warte mal Das ist die Krustelkiste Das ist die hier Schmeiß das da einfach mit rein Oh no Animal fat Cloves Blood Leather Small death Death Wie auch immer Das ist die Das ist die Wurste wohl Ähm Medikin Können wir wieder raus oder? Äh ja Wir gehen raus Oh Das ist Ich hab's Feuer gerade wieder ausgemacht Achso Äh ja Hoppla Mach mal einfach aus Essen hast du genug dabei? Ja ja 56 ungefähr noch Glaube ich Ähm Oh Was? Dass mir da nicht schlecht wird Wenn man hier runterläuft Ja aber Ähm Es ist sicherer so zu bauen Äh Hallo? Hallo? Hallo! Jetzt geht's Plop Äh So Jetzt Hier das mach mal aus Ähm Mal kurz da Mein Kollegen hier Im Nachbarnhäuschen Kurz mal Begrüßen Oder kommst du mal mit? Ja 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 Besuchen Ja Einbrechen Ja Okay Ähm Warte Pass auf Klopfzeichen Hallo Hallöchen Kommst du runter mal? Oder hast du irgendwas vor? Oder willst du irgendwas machen? Oder so Ich dachte eigentlich du wärst unterwegs Bist du schon wieder daheim? Nein Da Frag mich Ach herje Okay Ich frag später Interessant Interessant Äh Kommst du mitfarmeln? Kommst du mitfarmeln? Ach okay Ja gerne Okay jetzt musst du mal hinhören wie viele Türen das sind Okay pass mal auf Das waren nicht viele Türen Hallo Wer ist das hinter dir? Wär 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 Turbosand Äh Mein bester Kumpel Hier Und Äh Oh Gott Der Slecht Wo bist du? Ach hier Ich siehste Ja ich hab Er hat ne Axt Ja er Er tut nur so Warte Er tut nur so als ob er arm wäre Er hat aber eigentlich schon Voll viel gekriegt Ich bin ein armer Kerl ja Lass mich Arme Wär Ähm Voice chat kannst du mit V öffnen Also V gedrückt halten Okay Okidoki 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 Yay Was? Sollen wir farmen? Okay Also Holz und Stein wird mit der Pickaxe gemacht Und Tiere mit der Axt Ich treffe es nicht Was? Ich treffe ihn nicht Wo bist du? Was machst du? Achso Schwein ja Das schaut total goldig aus Stirb 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 Ich bin Tierquäler Oder auch Mal gucken Wenn der Admin online kommt Der Admin Macht einmal am Tag Oder zweimal am Tag Ein kleines Geschenk An uns Also an alle Hast du gerade das Schwein An mir vorbeigehabt? Ja Oh mein Gott Das arme Schwein Kai reicht auch Hab ich dir schon mal gesagt Oder easy Ja Trotzdem Wie gesagt Der Admin macht Ein oder zweimal am Tag Uns so kleine Geschenke Dann kann es mal sein Dass wir die Overhatchet bekommen Oder Einen Über genialen Bogen Der Monsterpfeile schießt Oder so Der Hammer Alles komm Genau Ähm Hier komm Wir schlachten ein bisschen Komm Wir Gehen hier Ich jag sie mal Ich jag sie mal Ich jag sie mal Alle her Moit Ja nicht auf mich schießen Ja Echt Scheiße Ja bitteschön Ja danke Ja Du sollst mich jagen Oh Gott So und jetzt die Geht natürlich looten Auch noch Ja echt Oh Was soll man hier Looten Ja kann man mitnehmen Kann man mitnehmen Kann man mitnehmen Looten Hier bist du aber vorher nicht gewesen Oder Äh Nein Bei den Russen leuchtet das Licht Oh yeah Sollen wir uns freine machen Was Nichts 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 Ich weiß nicht Werde ich schon merken Wenn ich plötzlich Ähm Von hinten Mit dem Kopfschutz Getötet wäre So ähm Hier haben wir nichts drinnen So ein bisschen Farmen hier nebenbei Also du bist weiß Das sieht man gar nicht An dem Schrift Ja richtig böse Heute Böse 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 Also du bist auch so ein Anti-Englisch-Kenner oder Wieso Ich mein ja nur Englisch verstehen Kein Problem Englisch schreiben aber eher weniger oder Ja Du hast jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit zu entscheiden Willst du dir ein eigenes Holzhaus bauen Oder ein eigenes Metallhaus Metall ist natürlich um einiges teurer und als Holz Ich will als Bonze leben Okay Okay Ja Ist möglich Ist möglich Alles ist möglich Wenn Johnny vielleicht Also der Art-Mensch Später online kommt Der hat dir Disco gebaut Geil Also Das ist Natürlich sehr Wenn hat die auf Ja wie gesagt Er ist leider nicht online Äh Mal gucken Disco Pogo Dingelingeling Was schießt denn der schon wieder? Ach der schießt wieder hin Okay Bring es um Bring es um Hast du eigentlich den Countdown Wie lange wir schon aufnehmen? Oh ja 22 Minuten Ja Merkst du was? Wird es wieder so eine richtig lange Folge? Ja Sollen wir hier jetzt eine Aufnahmepause machen? Würde ich mal sagen War Okay Gut Ja Würden wir sagen Das war das Ende War Ja Ich hoffe natürlich Es hat euch allen Spaß gemacht Und Man sieht sich in der nächsten Folge Schaltet wieder ein Bis zum nächsten Mal Bis dann Tschau 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 Bis zum nächsten Mal.